Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tobias in the Dark Scepteres. Hier war uns in Chapter 10 stehen geblieben. Und... Ich habe jetzt eine Idee, wie es weitergeht. Ich muss, glaube ich, jetzt erstmal nochmal den Geist besiegen, ja? Mist... Ah, ah... Okay, das war ein Treffer. Haut noch nicht ab, okay. Oder ist er jetzt abgehauen? Doch, er ist abgehauen, okay. So, und er ist jetzt, glaube ich, hierhin abgehauen, wenn ich mich recht entsinne. Und hier kann ich ihn jetzt wieder bekämpfen. Genau. Ich habe nämlich, wie schon erwähnt, eine Idee, wie es weitergehen könnte. Ich will mir erst mal den Geist besiegen und jetzt haut er nämlich in diese Tür da ab. Genau. Aua. So, da ich bis jetzt noch keine Möglichkeit habe, in die Tür zu kommen, ist mir was eingefallen. Ich könnte ja vielleicht gucken, ob ich das hier... ...irgendwie ablegen könnte. Fünf. Ich kann es nicht ablegen, oder was? Was habe ich denn noch? Hm. Na gut, okay, da muss es ja dahin. Das verstehe ich nicht. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das die Lösung wäre. Kann ich das Teil mitnehmen? Ich kann es nicht umdrehen, aber es muss doch was hiermit zu tun haben. Ich kann es nicht umdrehen, aber es muss ja auch nicht umdrehen. Meine Vermutung ist halt, dass ich irgendwie diesen Kristall aktivieren muss, damit das Gewicht runterfällt oder sowas. Ich weiß es nicht. Und dann... Und dann passiert halt irgendwas. Na. Ich kann den Viechern auch nichts antun, aber ich muss in diese Tür rein. Das ist definitiv das, was ich tun muss. Nur so passiert irgendwas. Das kotzt mich an. Es muss doch irgendwas geben, was ich tun kann. Wieso sind da eigentlich zwei von den Teilen, von den Ablegeteilen? Das muss doch einen Sinn ergeben. Ich hätte gedacht, dass man das hier als Linse benutzen kann, um die Lichtwirkung zu verstärken. Kann ich vielleicht auch einfach... Wenn das jetzt klappt, dann bin ich zu dumm. Ich kann auf jeden Fall so weit aktivieren, aber... Das bringt mir bis jetzt noch nichts. Ich verstehe es nicht. Das muss ich wirklich nachgucken. Das muss ich mir eigentlich nicht nachgucken müssen. Das muss ich auch nicht nachgucken. Ich kapiere es nicht. Okay, gut, es tut mir leid. Ich werde doch nachgucken müssen, glaube ich. Bis gleich. So, okay, ich habe jetzt nachgeschaut, wie es weitergeht. Meine Idee mit der Lichtlinse war gar nicht mal so dumm. Das Problem ist bloß, der Kompass ist nicht die Lichtlinse. Oh man. Die Lichtlinse ist an einer anderen Stelle, glaube ich. Also ich habe auf jeden Fall gesehen, wie ich in einen anderen Raum weiterkomme. Und ich schätze mal, dass dann auch da die Lichtlinse zu finden ist. Also gehen wir jetzt in das Wort rein. Nämlich hier. Ich hatte die Viecher. Das Hochzüchten. Ich verstehe übrigens immer noch nicht, wie ich an dieses Lebensspeicher-Dingens komme. So. Gute groß werden. Nein. Einmal schrumpfen. Danke. Das kennen wir ja alles schon bisher. Die Tür ist offen. Was wir noch nicht kennen, ist ja, wie ich hier weiterkomme, ne? Und das habe ich jetzt dank dem Video herausgefunden. Oder besser gesagt gesehen. Herausgefunden habe ich es nicht. Ich brauche nämlich hier das Licht und dann leuchten nämlich die Teile. Oh. Interessant. Bis auf einer. Und die machen so Pfeile. Dann muss ich den Weg kennen. So. Dann bin ich auch schon im nächsten Raum. Aua. Aua. Na super. So. Rechts. Links. Okay. Das muss auch ankeinen. So. Was kommt jetzt? Tsch. Also das ist jetzt alles natürlich blind. Ich habe bloß gesehen, wie das funktioniert mit den Türen hier. Aber eigentlich hätte ich auch darauf selbst kommen können. Mal wieder. Eieieiei. Jedes Mal so eine... Oh Mann. Was ist jetzt los? Jetzt haben die andere Symbole? Habe ich jetzt irgendwas Falsches gemacht? Nein. Schauen wir nicht. Oh verdammt. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Wenn ich jetzt zurückgehe, bin ich wieder ganz am Anfang, oder? Ne. Okay. Gut. Also unten Strich, Mittelstrich, oben, rechts und links. Okay. Okay. Das war's. Und weiter geht's. Mal gucken, was jetzt auf mich wartet. Aha. Da ist auch schon das Item, was ich gesucht habe. Sehr schön. Das war's ja jetzt gar nicht so weit entfernt. Yay. Okay. Eine beeindruckende Linse? Ich weiß es nicht. Hm. Ich werde sie in Item Slot 6 auch bevorgenwahren. Tja, was könnte man wohl mit einer Linse anfangen? Na, wer weiß es. Wo komme ich hin? Ich überlege auch noch, ob ich da irgendwie hochkomme, aber... Naja, wie sie muss sein, muss ja jetzt nicht sein. Wenn ich da nicht hochkomme, komme ich halt nicht hoch. Wichtig ist, dass ich den Geist getötet kriege. Dafür brauche ich die Linse. Was halten wir jetzt? Lass mal wieder warten. Ich will nicht sterben. So. Item Slot 6. Dahin. Item Slot 4. Habe ich etwas Falsches gemacht? Wo soll ich denn da rüberkommen? Ach so. Verstehe. Mal nicht irgendwo ist hier abliegen. Hm. Hm. Oh, 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 oh.